OAAD.de, one of a day keeps the doctor away. 11.0 oder neuer und hat noch keine Bewertungen tatsächlich. Okay, es ist ranked in the top 10 apps for 6 to 18 years, all in 109 countries. Also es ist so für Kinder, aber es ist eine nette App, muss ich ganz ehrlich sagen. S.A.R. im Namen sagt euch schon was, es ist klar Augmented Reality, geht auf dem iPad auch aussuchen, wisst ihr, dann muss es das irgendwie einscannen oder was es auch immer tut. Und dann kreiert es eine chinesisch-asiatisch anmutende Pagode, Mini-Stadt, wie auch immer. Und dann steht oben eine Rechenaufgabe, ziemlich simpel, aber gut ist halt auch eigentlich für 6 bis 8 oder wie auch immer. Und ihr müsst das Ergebnis rausfinden. Das Ergebnis, ja klar, rechnen und dann laufen Figuren rum, sitzen Figuren rum und ihr müsst darauf tappen und auf die Figur, die die richtige Zahl als Ergebnis über ihren Kopf hat. Das ist witzig, muss ich sagen und mir gefällt es auf jeden Fall. Master Ninja, Ninja AR sollte man einfach mal ausprobieren auf seinem iOS-Gerät, was natürlich ARKit unterstützt, klar. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatag, gplus.eu slash oneappatag oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatag. Und bei VPN.com slash oneappatag. . . .